Sie meinte, sie hat 6 an einem Tag! Nein! Eine Woche! Nee! Und blaue Augen! Oh, ich hab dich schon mal im Club gesehen! Hey! Yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video! Hier aus Lorette Ma. Heute gehen wir an Sundance. Die Kenner unter euch wissen, dass die Party sehr, sehr geil wird. Es ist so eine Poolparty. Und ja, letztes Jahr war die ganz krank Abriss. Aber da haben wir leider noch keine Videos gedreht. Und heute zeigen wir euch, wie man sich richtig einen reindringt. So, meine lieben Freunde. Wir sind hier im Taxi unterwegs. Zum Sundance. Pilgrisch. 4 von 10. We are where we stay at, Brasser. Ui, Memo. Ja, Brasser. Wir sind jetzt hier im Sundance. Jetzt wird erstmal ein Turnar entzündet. So, wir gehen jetzt auf die Suche nach Pachikas. Brrr. Also, wir interviewen jetzt Pachikas, Digga. Und dann schauen wir mal, was heute noch so geht. Erste Frage, wie heißt du und wie alt bist du? 20, Jana. Und du? Emily, 20. Was ist der beste Anlasspruch? Wie wollt ihr geklärt werden? Ja. Holla, Chika. Willst du was trinken? Und was ist der Körperkant? 6. Okay. Und du? 12. Sie meinte, sie hat Sex an einem Tag. Nein, in einer Woche. Kommst du aus Deutschland? Nein, in Deutschland. Schweiz. 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 Ich habe eine Frage. Wir können es für frei. Ja, hier. Ich habe eine Frage. Was ist die beste Pick-up-Line? Die beste Pick-up-Line? Pick-up-Line. Du bist gay. Brrr. Ist der Vlogger, oder was? Wie alt bist du? 20. Wie heißt du? Raffaela. Ja, warst du ein Body-Count? Ein Body-Count. Zehneramter? Nee. Ab wenigstens bist du blöd. Nee. Und bei eurem? Ja, nein. Wie viele Typen haben wir dich heute reingelabert? 843.000. 188.000. 538.000. Wirst du noch ein Verbruch? Nein, bitte. Du hast geile Typen. Da habe ich Glück. Brrr. Wie viel B**** hast du in den Ratschen? Ich bin B****. Ich bin B****. Eine. Aber keine Deutsche. So, ich hab dich einmal im Club gesehen. Hä? Ich war am Hassel. Ey, ich feier immer Leute, die Gas geben. Keine Vision Gas geben. Ich wünsch das wieder Volk, Bruder. Immer Gas geben. B****. Wie alt bist du? 18. Wie heißt du? Vanessa. Wie oft wurdest du hier angelabert? Ich weiß nicht. 1-2 Mal? 1-2 Mal? Das ist meine Freundin und die wird immer angemacht, nicht ich. Laura. Wie alt bist du? Ich bin 18. Wie oft wurdest du hier angelabert? Dreimal. Wie viel Geld habt ihr auch schon verteilt? Alle. Alle. Geh nach. Würdest du mir auch einen Kopf verteilt? Ja. Ja. Kommt noch was. You have my sister. B****. Danke. Ich wünsche dir noch einen guten Tag. Natürlich gar nicht. Wie viel B**** hast du in den Ratschen? Ich bin vergeben. 10 Stück in einem Tag. Correct. Ich bin mit meinen Jungs hier. Ey, ich hör mich wieder ab. Ich wünsche dir einen Digger. Ich dir auch Digger. Einen geilen Sof. B****. 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 Also. Oh mein Gott, ist das irgendwie ein YouTube-Chall? Erstmal. Wie alt bist du? 19. Was ist der beste Pick-up-Land? Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich 9 aus 10 bin. Aber du bist derjenige, den ich brauche. Hi man. Ja. Ich bin ein Wiesler. Du siehst wie ein M****. Yo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Da wir leider viel zu besoffen waren, habe ich vergessen das Auto zu drehen. Aber wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann sprengt den Like-Button, abonniert den Kanal und teilt das Video. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wohin wir als nächstes fliegen sollen. Abonniert mich auch gerne auf Instagram, da heiße ich auch Kaerne. Dort bleibt ihr natürlich immer auf dem aktuellsten Stand. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Wieot in der complessور embarrass Dobby wieder吧. Hier clipделen wir uns sehr sicher, über 700 bludbr vist. Wir bekommen den Angel, dasieni Mai. Sekunde noch mal im Moment. Wieot in der besonderen Situation zu sehen? Wieot in der Zwischen OP. Wieot in der Zwischen Rennen würde ich große Pa 1700 ist. Wieot in der Zwischen . Wieot in der Zwischen Solar aus wie ağ没有 configurations. Wieot in der Zwischenhafte Spielüz Coulding bei anybody. Wieot in der Zwischen OP. Outro